Guckt mal an, da schließt sich der Kreis. Da kommt der Martin Kanzler auf den Hof gerappelt. Mit seinem nagelneuen Skizstier. Und das Auto, was der Martin fährt, hat vorher dem Kai Bliemeister gehört. Also ihr seht, wir Baumpfleger, wir kennen uns alle untereinander. Das ist ja das Auto vom lieben Kai. Das war mal das Auto vom lieben Kai. Ist jetzt das Auto von Martin. Moin. Moin, morgen. Wieder im Lande. My other ride is your mother. Ja, den brauche ich auch noch. Sehr geil. Das ist eine Hammer, wo man mal fragt. Wie geht's dir? Du, ganz ehrlich, ich bin ein bisschen verschnupft. Echt? Ja, aber ich habe heute Morgen noch einen Test gemacht, also das ist es nicht. Okay, alles gut. Oder zumindest laut dem Test. Oregon, na siehst du, da müssen wir doch mal zusammen hin. Moin. Sehr geil, das ist der Neue. Ich bin gerne beim Wort nehmen. Das ist der Neue. Sehr geil. Der Kleine. Der Kleine, ja. Du, ach du. Ich finde das gar nicht schlimm. Ja, aber du musst auch gucken, wie oft brauchst du das Ding, wofür brauchst du das Ding. Und bezahlen musst du es ja auch. Und bezahlen musst du es auch, ja. Das ist, wenn ich den Scheiß nicht bezahlen müsste, Alter, was glaubst du, was ich auf dem Hof hätte? Aber sehr geil. Schöne Kombi, muss ich sagen. Schöne Kombi. Ich bin begeistert. Und vor allem mich gespannt. Also erst mal, was uns heute erwartet und dann? Also, die Baustelle sind mehrere Bäume. Eine große Gruppe, mit der werden wir wahrscheinlich beginnen. Da gibt es seine Bühne mit. Ja, und dann glaube ich, sind da noch Esche und Eiche. Irgendwann habe ich mir das mal mit die Wange geguckt. Sehr gut. Bei der Gruppe, womit wir anfangen, da müssen wir halt gucken. Da unten ist so ein Glasfaserkasten-Kabel drunter und eine Laterne. Extra bauen lassen, oder? Nee, die kannst du so kaufen. Echt, weil die hat massive Verschlüsse und so, ne? Zigaretten anzünden? Nee, ach so, da ist das Schloss. Zigaretten anzünden. Ja, was weiß ich, für die Kaffeemaschinenhör oder so. Sehr geil. Nee, kostet 1,3, die Dinger. So wie du bist hier. Kannst du nicht selber bauen, oder? Nee, kannst du nicht. Sehr geil. Alter, ich glaube, die Ketten muss ich mal heimlich umschrauben, wa? Meine sind schon echt runtergeschrabbelt. Mit unseren Ketten klarkommen? Oh, irgendwie ist der, den möchte man hier irgendwie so mit ins Bett nehmen. Der ist echt so süß, wenn der noch so neu ist. Aber sehr geil. Bin gespannt. Freue mich. Ich habe mich gerade gefragt, wo der Feldkran steht. Da hat Martin gesagt, hast du, sehr geil, Allradwohnmobil mit einem Buggy dahinter. Das könnte ich mir auch gefallen haben. Da ist das gute Stück, Leute. Da ist das Spielzeug. Da steht seine Bühne. Die Bühne vom Nico. Sehr gut, die unter Dach zu stellen. Und hier steht das. 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 Ach Mann, das ist so böse. Haben will? Alter. Fett. Echt fett. Hammer. Schon sexy. Aber 400 oder so, mit Feldgreifer. Irgendwie so. Irgendwie so. Also so ein bisschen so, wo ich sage, Alter, da fängst du auch an Blut zu pissen, wenn der zwei Tage auf dem Hof steht. Naja. Cool. Sehr geil. Ich freue mich. Martin und ich rollen vom Hof. Glaube ich zumindest. Ich muss nochmal ganz kurz hier Google Maps aufmachen. Ich habe nämlich die Adresse drin. Glaube ich zumindest. Nee, natürlich nicht. Aber der Martin hat mir die Poi WhatsApp geschickt. Da ist sie. Zack. Keine Internetverbindung. Jetzt. Und los geht's. Sehr geil. 13 Minuten. In Spenge, Industriezentrum. Wir rocken los. Buchen, klatschen. Ab dafür. Und Martin, wie gesagt, probiert seinen neuen Skiz-Tier aus. Auch sehr geil. Ist ja der 450er. Bin gespannt. Ich freue mich. So, ich glaube, zumindest laut Navi sind wir an der Baustelle für heute angekommen. Oh ja, hier stehen große Bäume. Das ist schön. Oh ja, das wird uns gefallen. Oh ja. Wieso muss ich da gerade an die Family Guy-Folge denken? Naja, sehr geil. Also doch, das ist einiges zu tun für heute. So, kurzes Update. Passt wieder kein Lift rein. Äh, passt wohl rein. Das Einzige, was mich nervt, ist, dass wir keine Schwerlastplatten mit haben, weil die biegt sich schon durch. Und diese hier ist einfach mal komplett in der Erde versunken. Ihr seht vielleicht, ich weiß nicht, ob das auf Kamera rüberkommt, wie die Stütze steht. Nämlich so. Ähm, das ist, naja, semi-toll. Das müssen wir im Auge behalten. Es geht um die Buche. Das Problem ist, dass echt viel Zeug hier rüber Richtung Straße hängt. Über diesen Bäumen, denen natürlich nach Möglichkeit nichts passieren soll. Ach, und by the way, hier ist noch ein Stromkasten drunter. Und, hey, wo kommt denn die Laterne weg? Wer hat denn die da hingebaut? Hm. Naja, und es wird, wenn die Bühne am Ende ist, noch jede Menge Baum oben drüber sein. Ähm, hier ist ein netter Riss. Der ist allerdings schon überwölbt. Das wird nicht der Grund für die Fällung sein. Nein, ist es auch nicht. Und zwar ist der Ausbruch, der da oben ist und die Krone mal eben halbiert hat, der ist der Grund für die Fällung. Ich weiß nicht, ob ihr das da oben sehen könnt. Da fehlt einfach mal die halbe Krone. Ähm, das wird nicht lustig. Deutlich über einen Meter. Äh, es wird also interessant. Und wir haben eben auf der Seite ganz viele Äste und null Platz, ne? Also das hängt hier alles im Gemüse. Wie willst du das? Wir sind zu zweit. Regen funktioniert eigentlich immer nur mit drei Mann, ne? Einer am Seil, einer nimmt die Sachen an und zerschneidet direkt. Und einer ist eben oben im Korb. Also wir sind schon mal mindestens einer zu wenig. Das kompensiert auch der Skizdeer nicht, weil eben der ganze Scheiß, der da rüber hängt, muss entweder zu Brei geschnitten werden, traversiert werden oder, oder, oder. Und vor allem, wir reden hier von richtig dicken Ästen, ne? Sie haben locker 30, 35 Zentimeter und keine Fallstrecke nach unten, ne? Also die hängen sich also sofort auf. Hm. Ja, so alles, was noch da rüber hängt, ist kein Problem. Da ist nur die Laterne, da muss man dann ziemlich statisch regen. Dann kann man auch große Stücke nehmen. Aber ansonsten werden wir den ganz schön zu Brei schneiden müssen. So, wo ich mich total drauf freue, ist den Kleitenketten zu lernen. Da freue ich mich total drauf. 4,50 Meter wäre mehr. Genauso breit wie meine, haben wir gerade festgestellt. Ich hatte gedacht, der wäre ein bisschen schmaler, aber Martin hat auch die breiten Ketten genommen. Die schmalen Ketten gehen ja nur bis hier. Martin hat auch die breiten Ketten genommen. Und, ähm, ja, cooles Teil. Gefällt mir. Sehr schön. Was müsstest du eigentlich fürs Video wiederholen? Das ist nämlich ein Insider. Martin ist gerade auf den Wärmeer gestiegen und hat sich den Sack eingeklemmt. Und da sagte er, scheiß Unterhose, kennst du das, wenn die Klöten immer daneben rutschen? Und, ähm, ich weiß nicht, ob sie meine Videos guckt. Aber ich hab's da letztes mit einem Mädel drüber gehabt. Weil ich grundsätzlich, und jetzt verrate ich einen Insider, zwei Unterhosen trage. Ich trage also eine normale Unterhose. Ja, wie man die so für Herren einfach kennt. Und da drüber trage ich sogenannte Retro-Shorts, die eben sehr, sehr eng anliegen. Und dadurch fällt mir eben nichts dahin, wo es nicht hingehört. So, jetzt hab ich das auch verraten. Also das ist tatsächlich ein Insider, ja. Also es kommen mir nicht viele Mädels an die Hose. Und, ähm, naja, da wurde ich eben mal gefragt, warum ich grundsätzlich zwei Unterhosen trage. Und das ist der Grund, ne. Als Baumkletterer fällt dir sonst gerne mal da was in die falsche Richtung. Und dann klemmst du das, ähm, in deinem Gurt. Und das tut schweinemäßig weh. Und das will man natürlich nicht. Ergo, zwei Unterhosen, dann klemmt auch nichts. Und dann verrutscht auch nichts. Und dann bleibt alles an seiner Stelle. Sehr geil. Ja, sind die süß, wenn die noch neu sind. Alter, über was reden wir hier eigentlich, ne? Wir verraten hier direkt mal intimste Geheimnisse. So, der Martin kommt mit dem Wärmeer hier hoch. Ja, siehste. Und dann brauchen wir das Ringingzeug nicht mal schleppen, weil er das schön vorne in der Klaue hat. Das funktioniert mit den Fässern eben echt sehr geil. Ja, und dann müssen wir gucken, dass wir die Äste irgendwie nach da raus fahren oder so. Eigentlich sollen die ja nach da raus zur Straße, aber hier steht jetzt die Bühne. Weil hier natürlich die einzige Lücke ist, durch die wir hochkommen. Also hier ist, wie gesagt, die einzige Ecke, wo wir hochkommen. Hier vorne ist die Laterne drunter und die ganzen Bäume. Das heißt, da können wir nicht aufbauen. Da ist keine Lücke. Außerdem hängt die Krone ja nach da. Das heißt, die würde tendenziell immer über der Bühne hängen. Also das hier ist die einzige Ecke, wo wir aufbauen können. Bedeutet aber, wir können das Zeug nicht nach vorne rausfahren. Gut. Das heißt, wir fahren es irgendwie nach hinten weg oder so. Wir bauen einen Rigging-Poller und alles anmachen. Alles fertig. Und dann legen wir los. Irgendwie. Du kennst das nicht anders, dass ich... So, hier ist der schöne Ausbruch, wo es die Krone mal halbiert hat. Und wie gesagt, den Rotz werden wir da runterhauen. So ist der Plan. Ich baue da oben jetzt gleich hier die Umlenker ein, die ich mir mitgenommen habe. Wenn ich da oben überhaupt hinkomme, weil wir sind ziemlich schon... Aber sonst hüpfen wir hier einmal schnell raus, bauen den Krempel ein, weil die Krone können wir eigentlich in einem Stück reinscheuern. Die muss er dann nur relativ statisch halten. Die Äste hier hängen, wie gesagt, in den Bäumen. Da müssen wir gleich eine Lösung für finden. Notfalls zu Brei schneiden oder traversieren. Sieht von oben schon wieder gar nicht mehr so schlimm aus wie von unten. Starke Sonnenbrandschäden auch auf den Ästen, wie man sieht. Also insgesamt kein schöner Baum. Macht Sinn, dass der wegkommt. Legen wir los. So, wie ihr seht, seht ihr nichts. Wir haben hier den ersten... Ah, eigentlich den zweiten. Wir haben vorhin oben auf der anderen Seite nochmal abgeschnitten. Wir haben den ersten erst abgeschnitten und die müssen hier halt alle durchs Gemüse runter. Ich sehe nicht, was Martin unten macht. Martin sieht nicht, was ich oben mache. Das heißt, wir sind auf Funk angewiesen. So eine Baustelle ohne Funk ist einfach mal unmöglich, weil ihr seht euch nicht. Ihr müsst euch blind aufeinander verlassen. Ihr habt hier nur Gemüse. Und da kommt noch jede Menge gleich. Und das sind echt Trümmer. Also, das ist meine Hand. Das sind also echt Äste. Also, das ist eine 201er von Martin, weil der immer flatschgeil scharfe Ketten hat. Der ist nämlich als gelernter Frostwirt geübt im Kettenpfeilen. Und da ist eine 40er Schiene drauf. Also, das ist schon so, dass wir hier im Bereich unterwegs sind, wo es Spaß macht. Gut. Ne, ziehe ich mir selber hoch. Ich muss erst zur Astgabel fahren, wo ich umgelenkt habe. Und dann geht es weiter. Dann schlage ich den nächsten an. Ich habe gerade mal kurz gequatscht. Und den Leuten hier die Situation erzählt. Sehr geil. Also, dann probieren wir mal die nächsten. Ich denke auch alle erstmal da auf der Seite, dass wir da beim Poller nackig machen. Und dann geht es weiter. Ziemlich mittig angeschlagen, weil wie gesagt, der hängt bis zu den Bäumen. Der geht bis über die Straße. Ich werde den hier mal schneiden. Dann musst du mal gucken. Wie gesagt, wahrscheinlich erstmal ziemlich statisch halten, bis er vorne durch die Äste durch ist. Ich hätte ihn vielleicht weiter vorne anschlagen sollen, dass er hier ein bisschen mehr Gewicht hinten hat, dass er weg pendelt. Aber, dann schlägt er um. Genau. So, ab ist er. Hängt aber ganz schön im Gemüse, ne? Ich habe es fast befürchtet. Jetzt gibt es die... Okay. Ist nicht schlimm. Alter. Genau. Lieber eine halbe Umdrehung runternehmen, als heiße Finger kriegen. Richtig. Ja, aber den zieht ihr gleich mit dem Wärmeer unten einfach raus. Oder er kommt sogar... Oder er kommt von alleine. Der ging halt, wie gesagt, rüber bis zur Straße, ne? Und du kommst ja auch mit der Bühne nicht ran, weil der Ahorn da im Weg steht. Der ging ja komplett durch die Beine. Ist aber auch der Schlimmste. Also, war jetzt aber auch der Schlimmste. Die anderen hängen schon wieder relativ frei. Und wir haben dann auch mehr Fallhöhe wieder. Alter, mir gefällt die gut. Ich habe zwar jetzt den Stummel stehen lassen, das ist doof, aber... Mir gefällt die Schlingenmethode gut. Geht eigentlich... Also geht genauso schnell, wie mit dem Seil direkt anschlagen. Und du zerfixt dir die Seile nicht so. Die Schlingen sind billiger als ein neues Seil. Definitiv. Genau. Na ja, ne gut. Ist der da auch schon. Wie gesagt, war eigentlich somit der Schlimmste. Und den Stummel, den kann man nachher nachschneiden oder was. Das ist kein Problem. So, kurzes Update. Wir sind gut dabei. Die ersten unteren 1, 2, 3, 4 Äste sind ab. Ja, und... Kran ist übrigens keine Option. Kran auf die Straße. Habe ich gerade mal kurz nachgefragt. Das ist irgendwie eine Straße, wo man keine verkehrsrechtliche Anordnung für kriegt. Das heißt, Kran fällt aus. Es war ja das naheliegendste, einfach den Kran zu nehmen, aber Kran fällt aus. Gut. Deswegen manuell. Ja, schade eigentlich. Kran wäre cool gewesen. Aber geht dann eben nicht. Feldkran. Der Nico hat ja den Magni. Wäre vielleicht auch noch eine Option. Der könnte ja auf dem Weg auch, glaube ich, stehen. Aber, ja, also anheben, anschlagen, hätte man es dann ja eben müssen. Also, ja, ich glaube auch, ne, dass der, die Stütze von der Bühne ist uns ja auch schon weggesackt vorne. Beifahrerseite. Also, ich glaube nicht, dass der Feldkran hier sicher stehen könnte. Und ich habe jetzt tatsächlich schon wieder Fotos gesehen von einem Lohnunternehmer, der seinen umgeschmissen hat. Also, so ganz unfehlbar sind die Eulenfeldkräne scheinbar auch nicht. Auch da können eben Fehler passieren und dann hast du das Ding im Arsch. Guti. So, den nächsten müssen wir auch mindestens wieder in zwei Teile nehmen. Ich würde ihn am liebsten in eins nehmen, aber der eine ist da gerade schon so gut durch den Ahorn geschrabbelt. Und der hier, wenn ich den in eins nehme, schlägt, da glaube ich den Ahorn völlig zu brei. Ich versuche mal da oben, nettre Krotsch umzulenken. Und dann schlagen wir den an und dann schneide ich den einmal da und einmal unten am Zwiesel. Und dann nehmen wir das hintere Stück auch zu zweimal raus, weil das hängt halt alles noch in den Bäumen, die da über der Straße sind. Das wächst da halt bis über die Straße. Das müssen wir nicht, dass wir da was aus der Krone von den anderen Bäumen rausbrechen und das fällt uns auf die Straße. Dann haben wir ein Problem. Dann lieber zwei Schnitte machen auf Nummer sicher. Also, zwei Umdrehungen, wie es zu brauchen. Memory Low, na, da ist ja los, die muss ich nachher gleich noch die Karte wechseln. Super. Ja, du hast aber oben auch Seilreibung. Also, mal gucken. Komm. Ja. So, ist aber schon ein ordentlicher Trümmer. Memory Low. So, so ein Scheiß. Karte voll. Verdammt. Also, die Kamera meckert zwar von wegen Memory Low, aber ich hoffe, dass ich die noch draufkriege, weil das wäre echt schön. Warte mal, wo hänge ich die denn hin? Hänge ich hier hin? Ja, genau. Die gehen immer dann aus und nehmen nicht mehr auf, wenn es lustig wird. So, jetzt mal Trümmer wieder, ne? Aber den kriegt ihr da unten wo gehändelt. Oh, nur nicht auf der Laterne schrabbeln lassen. Wäre ja schön, wenn der auf dem Ahorn hängen bleibt, bis ihr den unten habt. Dass der erst mal vorne nicht durchrutscht, weil dann geht er nämlich genau an der Laterne vorbei. Da hast du einen Schlag auf dem Bremsgerät, wa? Ja, das wird schon. Siehste, kommt schon wieder. Du machst das, du machst das. Du bist ja kein kleiner Dummkopf. Nö, ach Quatsch. Ja, guck, siehste, kommt sehr sauber. Hinten im Gemüse, perfekt, weg von der Laterne. Jetzt soll der Fairmeer den Rest machen. Ja, guck, sehr geil. Der hat verloren. Und das ganze Ding in eins hat uns mal eben 15 bis 20 Minuten Arbeit gespart. When you are, sag was. Also, ich könnte schon wieder. Okay, das sah von hier echt knapp aus. Sauber, okay. Dann haben wir es auch schon. Ein gutes Stück hin. Also, ich müsste gleich mal tanken. Ich würde jetzt noch zwei, drei kleine Äste von der Krone machen. Dann müsste ich runterkommen und tanken. Oder ich komme jetzt runter und tanken. So, leider ist die SD-Karte leer. Oder so gut wie leer. Also voll. Aber der Speicherplatz ist leer. Ich muss die Säge aber auch tanken. Die ist nämlich leer. Ihr seht, wie sich die Jungs, ne? Die Äste wirken so klein. Aber da liegt ein Teil von dem Ast. Da sind sie noch am Schneiden. Und der ist noch nicht ganz am Boden. Also, es wirkt immer alles zu klein. Aber die Arbeit ist unten am Boden. Deshalb rigging immer mit mindestens zwei Bodenläuten. Einer am Seil, einer schneiden. Normalerweise müsste einer noch wegräumen jetzt mit dem Wärmeer. Weil was da oben eben so klein aussieht, ist hier unten mal eben so ein halber Baum. Also, man darf das nicht unterschätzen. Die wirken auf Kamera immer so klein. Aber das ist halt ein echt scheiße großer, fetter Baum. Ja, da kommt jetzt nämlich der Rest vom Ast runter. Der irgendwie nochmal sechs Meter lang ist. Also, ein Ast ist hier so wie so eine Birke, die bei mir im Garten steht oder so, ne? Oder die Eiche bei mir auch unter Rasse. Naja, oder eben hier so ein Ahorn, der hier an der Seite steht, ne? Das sind so die Dimensionen von den Ästen, die wir da oben rausschneiden. Aber ich habe den Baum jetzt halbnackig. Ist jetzt quasi nur noch. Also, eigentlich könnte man die Krone eins, zwei, drei Schnitte. Aber da da die Laterne steht und es bringt nichts, wenn ich die ganze Krone hier in eins reinschrabbele, dann geht nämlich der kleine Poller in der Affengeschwindigkeit bis nach oben. Von daher werden wir die Krone auch in mehreren Teilen machen. Was blöd ist, weil der Scheiß hier hängt über der Bühne. Aber dann muss ich das eben zu Brei schneiden. Und dann sind es eben eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, acht Schnitte ungefähr. Aber dann haben die es hier unten leichter und ich gehe da oben nicht rauf, was ich tendenziell gut finde. So, einmal Säge tanken, dann geht es weiter. Nico ist nicht da und der Ast ist ziemlich groß. Weißt du was? Ich komme runter, ich gehe ans Seil, dann kannst du mit dem Wärme den Ast annehmen. Nützt ja nichts, wir sind ja nun mal jetzt alleine. Genau, lass den mal ein Stück runter. Ich nehme den an, das passt schon, das wird. Wir schmeißen hier halt kleine Bäumchen ins Seil, das ist nun mal so. Da kannst du alleine unten nichts mit werden. Ja. Genau, zieh mal stramm. Und wie gesagt, das wäre schön, anderthalb, die wirst du aber auch auf jeden Fall brauchen. Wie gesagt, wäre schön, wenn er ein paar Meter von mir wegrauscht, weil der macht nämlich sonst einen Faltarm aus der Bühne. Ja, dann siehst du das genau. Ja, du kannst ja sonst... Genau. Ich kaufe zwar nicht gut, wenn er kaum ist, aber... ... Sauber, sehr geil. Aber sehr toll. Und wie gesagt, hier ist leider auch empty im Gelände mit Bühne und Reichweite. So, sehr cool. Ja, aber wie gesagt, wir machen jetzt da noch ein Schnitt gleich, wobei der genau über der Bühne hängt. Und dann eins, zwei, drei. Ich würde ja gerne in eins, aber das ist echt zu viel, zu schwer, zu hart. So, mit dem haben wir ein bisschen Bauchschmerzen, weil der liegt eigentlich, wie ihr am Korb seht, genau vom Gewicht her über meiner Bühne. Soll aber da hinfallen und darf den Arm nicht treffen. Also da sieht man jetzt wieder, warum man seinem Riggingmann blind vertrauen können muss. Weil das Ding macht aus der Bühne einfach mal einen Knickarm. Natürlich muss auch mein Fallkerb und alles passen, aber letzten Endes muss Martin jetzt gleich eben sehen, wie der kommt und ob er vieren lassen muss, damit der oben aus der Buche rauskommt oder ob er lieber halten muss, damit er nämlich gegen den Arm knallt. Ich würde mich jetzt wohler fühlen, wenn ich klettern würde und hier einfach gesichert wäre in dem anderen Stämmling, weil dann ist es weit genug von mir weg. Das ist immer der Nachteil mit den Bühnen, die stehen auch mal im Weg. Und dann musst du eben überlegen, schneidest du das Ding in 3000 Teile, weil du keine Eier hast oder hast du einfach mal fünf Sekunden Angst und schmeißt den Baum da rein. Ist natürlich blöd, wenn so eine 300 Kilo in die Bühne nageln, ist die natürlich einfach mal hinüber, inklusive allem, was drinne steht. So, wir legen los. Der war echt lang. Ja, der hat sich rausgedreht. Der hing halt in einer Buche drin, hat sich da jetzt rausgerollt. Ne, ne, mir geht's gut. Ich hab damit... Wir haben's ja vor... Es war ja wieder mit Ansage, weißt du ja wohl, ne? Ich... Ich hab's gewusst, wir werden alle sterben. Nein, alles gut. Hat nur kurz gewackelt. Aber wie gesagt, den Arm, den hatte ich, ich hab's kommen sehen. Also Bühne fährt ein, alles gut. Aber ist eben auch an der Kotzgrenze die Bühne, ne? Ich hab hier permanent vorhin schon die rote Lampe angehabt, weil ich komm nicht höher. Ähm... Und äh, naja... Wir haben's ja... Das ist eben der Unterschied, ob man weiß, dass es schief gehen kann, oder ob einen das überraschend trifft. Und wir haben's ja vorher angesagt, dass es wahrscheinlich gegen den Arm knallt. Von daher... Der war einfach zu lang. Aber... Passt ja. Die anderen beiden sind dagegen wieder killefit. Also... Fast. Killefit. Ja, hier bei der Arbeit. Kann's hochziehen, genau. Ähm... Jetzt die Frage, baue ich die Rolle nochmal um, oder... Nö, mach ich nicht. Aber ich bleibe auch wieder dahinter stehen. Ähm... Das wird jetzt auch nochmal ein extrem langes Stück. Der ist bestimmt auch nochmal 10 Meter. Locker. Ähm... Da du musst auch aufpassen. Den wirst du statisch halten müssen, damit der die Laterne nicht trifft. Und dieses Stück hier machen wir dann auch noch einmal. Auch relativ statisch. Und dann ist das gut. Zwei zusammen entschieden. Ähm... Ja, ich habe mich doch für alle drei zusammen entschieden. Weil... Dann ist es nur einmal doof. Und sonst ist dreimal doof. Naja, ich krieg die wohl gehalten. Also... Wie gesagt, es ist einfach für am Ende Bühne noch jede Menge Baum über. Okay, das heißt ja wieder hier mit zweieinhalb Umdrehungen erstmal voll auf dem Blocken, ne? Damit der hier unten nicht dran weckert. Weil der dann nach hinten zu dem anderen Baum geht, ist ganz schön lang. Ja, der hat echt noch übelst Länge. Da gebe ich dir recht. Der wird sich auch wieder so ein bisschen abrollen. Ähm... Ja, ich würde den auch relativ stumpf halten und erstmal gucken, wo die Reise hingeht. Ähm... Kann mir eigentlich eigentlich auch nicht gegen die Bühne kommen. Und ich glaube auch nicht, dass der von unten gegen den Korb schlägt. Dafür habe ich hier genug Fallstrecke. Der hat ja alleine durch die Schlinge ungefähr einen Meter Seillose. Ich finde das übrigens gut, dass wir wieder Funke haben. Ich fühle mich wesentlich besser. Ja, ich mache jetzt zweieinhalb Umdrehungen drauf und ziehe schon stramm, ne? Komment. Ja, das hört sich nach einem Plan an. So. Ihr seht, ne? Wir haben wieder Kommunikation. Viel besser, weil, wie gesagt, Bühne. Seht ihr auch daran, wie schlubbelig der Arm ist. Die ist also an der absoluten Kotzgrenze. Schon mit ein bisschen Tricks hier hochgefahren. Ähm... Und es ist einfach noch jede Menge Baum über, ne? Und ich möchte einfach nicht von so einem Dingern da gleich hier zubei gehauen werden. Wenn dir sowas unter den Korb schlägt, Alter, fliegst du hier oben drei Meter raus. Ach klar. Komment. So, geht los. Memory Low. Vielleicht kriegt ihr den gar nicht mehr drauf. So. Ganz kurz, weil meine Speicherkarte hier voll ist. Da ist Martin. Das ist der Baum. Der Baum ist nackig. Alles ist gut gegangen. Fragezeichen. Kommen. Ich konnte sie nicht aufnehmen. Kommen. Brauchen wir noch das Ringensystem, um die Schürze voller und die Schnee und solche abwasseln? Äh, ne. Ich würde sagen, ich baue jetzt das Seil als Zugseil ein und dann nageln wir den da rein. Und dann ist der nämlich einfach mal Geschichte. Und es ist Mittag. Also effektiv hat der Baum dann drei Stunden gedauert. Minus Pausenzeiten. Also Pausenzeiten und alles. Egalisiert hat der Baum drei Stunden gedauert. Lass es vier sein, dann bis er liegt und alles. Aber einen halben Tag finde ich für den Baum ist ganz okay unter den Umständen. Und ganz entspannt, ne. Ich habe immer noch die Jacke an und bin noch nicht mal ins Spitzen gekommen. So. Ich habe sie nackig gemacht. Und Martin als gelernter Vorspiel trage sie jetzt in die Schneise rein. Ich hoffe ihr könnt mich hören. Da sollen sie rein. Das passt schon. Wir haben ein Zugseil dran gemacht. Der Wärmeer ist auf der anderen Seite. Und wie gesagt, Martin hat die 500i. Ich glaube mit... Ich glaube er hat ne 60er drauf. Und trotzdem muss er 40. Aber das war zu erwarten. Wie gesagt, der fett da schön in die Schneise rein. Dann machen wir auch nix vom Untersuchungsproß kaputt. So. Und dann war es für mich. Ein effektiv Job. So. Ich hoffe die Speicherkarte hält noch. Ich gehe jetzt auf den Wärmeer und er schneidet ihn auf. Ich hoffe wie gesagt, es geht noch drauf. Ich gehe jetzt auf den Wärmeer. Martin schneidet ihn auf. Ich hoffe die Speicherkarte packen ist. In der Apollo Beispiele. Schweалась die Weddokal. Dennis klatschen raus. Ihr könntest. Das war mir. Ich bin riesig. Wir können mich feststellen, die Ste�trade setzt und dann zurück. Von mir aus. Die Schrauben werden mit einem Schrauben aufgebaut. So, mit O. Baumgeschichte. Erledigt. Ist auch schon ein bisschen Wurzelstockfaul gewesen, wie man sieht. Naja, aber hat er ja auch Pilz, also alles richtig passt. Wir schneiden jetzt den Stamm klein und den CT-X-450 raus. Ich bin gespannt, was der Kleine kann. Ich nagel da jetzt erstmal eine Scheibe vorweg und dann schauen wir mal, ob der Martin damit losfährt. So, während sich der Schilfradlader hier eingegraben hat, rumpelt Martin die ganze Zeit mit dem Wärmer hier rein und raus und holt das Stammholz ab. Daran sieht man wieder Kette, Kette gibt Kette, Kette ist das A und O. Also, wir rumpeln in den Buchenstamm aus. Das sind, wie gesagt, die Fahrspuren von dem Schilfradlader, der sich hier eingebuddelt hat. Und der Wärmer hat sich bis jetzt noch nicht eingebuddelt. Man sieht noch nicht mal, wo er durch den Wald gefahren ist. Also, den 450er könnt ihr euch auch durchaus kaufen. Gut, der hebt nicht das, was unser hebt, aber es funktioniert. Läuft und kostet eine ganze Ecke weniger. Das ist ja auch nicht von der Hand zu weisen. Was sind 200 Kilo mehr, wenn du da für 20.000 mehr auf den Tisch legst? So, der Martin hebt tatsächlich den Buchenstamm die ganze Zeit, wie gesagt, mit dem kleinen Wärmer weg. Das ist schon echt pervers. Ist ja jetzt sein erster Tag auf der Maschine. Das wird schon, aber er fährt die Knucken die ganze Zeit mit dem Wärmer durch den Wald, stellt die da hin und dann kommt der Schilfradlader, der fährt hier auf dem Weg halt keine Spuren und dann holt der Radlader die Dinger weg. So ist das. Er holt die aus dem Wald, weil er eben keine Spuren fährt und der Radlader holt sie vom Weg. So, Feierabend für heute. Zwei Bäume umgenagelt. Feierabend für heute. Zwei Bäume umgenagelt. Hier wohnt der liebe Martin Kanzler. Hier werde ich jetzt mal mein Auto hinstellen. Martin fährt dann in die Garage. So, P&P elektronische Parkbrett. Sehr geiles Auto. Ich mag den. Ja, und dann fahren wir zu Mike. Dann kriege ich eine neue Hose und meine Chain. Und dann fahren wir zu Joe's Burgers essen. Sehr, 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 sehr geil. Ich freue mich wie ein Keks. So ihr Lieben, wie ihr seht, ich bin frisch geduscht und umgezogen. Ich drehe mal kurz beim Nachbarn um. Könnt mich an die Kiste gewöhnen. 360-Grad-Kamera und so ein Kram. Die Spiegel gehen automatisch runter, wenn man einen parkt. Sehr coole Features. So, wir fahren dann nämlich jetzt zu Mike und danach zu Joe's. Ich glaube, das habe ich schon fünf Mal erzählt. Martin hat das gleiche Problem wie ich. Der kriegt nämlich sein ganzes Zeug auch nicht zu Hause unter. Aber sehr cool. So, Sordust ist Manglitter. Das ist Martin sein zweites Auto. Der ist auch ganz cool. Martin hat immer so ganz interessante Aufkleber. So, ich muss mal gucken, ob ich mich dahinter stellen kann. Wir sind nämlich da. Vor vorne rechts kannst du parken. Alles klar. Hinter dieser Ape, der gelben. Hinter der gelben Ape. Ich glaube, die gehört. Mike. Jawohl. Rockett hole. So, dann mal auf zu Mike. Wie heißt die Straße eigentlich? Kirchstraße 12. Ja? Kirchstraße 12. Servus. Willst du noch mal zum Auto laufen? Willst du noch mal zum Auto laufen? Stimmt, schnüppel. Moin. Moin. Ja, geht's dir gut? Hast du Glück gehabt? Ja, geht's dir gut. Könnte ja schlimmer sein, oder? Hi! Wie geht's dir? Nein, ich bin schon einmal durchgeschlägt. Blendend natürlich. Was denkst du denn? Hast du abgenommen? Ein bisschen. Sieht man gar nicht. Also doch, dich sieht man gar nicht! So, probier mal. Musst du auch eine Maske tragen? Ja. Wie alt bist du? Zehn. Musst du mit zehn eine Maske tragen? Ja. Okay. Ja genau, du musst unbedingt eine Maske tragen. Genau. Wenn du keine Maske trägst, gibt's den Zeigefinger hier. Aber nur den Zeigefinger. Siehst du nicht? Nee! Der Mittelfinger zeigt Nadine dir immer. Nee! Nein! Ich hab' da nie vorgekommen! Genau! Ich dachte, du hast die nicht vorgekommen. Aber guck mal! Soll' die schon so großartig ist? Genau! Nein, Flachdach! Ich wollte Dachdecker werden! Hat Nadine dir schon Kaffee angeboten? Nein! Aber das ist nicht schlimm! Kaltgetränke? Du doch! Kaltgetränke nehm' ich gleich gerne! Spezi ist sehr geil! Nehm' ich auch! Spezi! Und sowas Kaltes? Vorsichtig aufmachen! Sonst gibst du sie alle! Hier? Aber ja, schüttel sie! Genau! Raus, Papa! Wolltest du dir eine teilen mit deinem Papa oder eine eigene? Trinkst du sie aus? So, zum Trinken darf man eine Maske abnehmen! Sehr geil! Gute Idee! Ich nehm' jetzt noch Chefsessel hier! Chefsessel, jawoll! Na gut, dass du das weißt! So ihr Lieben, ich habe mir gerade eine Hose ausgesucht und zwar, die nennt sich 58er. Das ist der Schnitt, den ich zu Hause auch schon erhanden hatte, diesmal aber in 27 Zoll Weite. Also die kleinste, die es gibt. Passt, sitzt sehr gut, werde ich euch nochmal zeigen. Aber jetzt wollen wir euch mal was über den Laden erzählen. Dann wollen wir uns mal von Maik ein wenig erklären lassen, wie das hier alles entstanden ist. Entstanden ist? Oh, das ist sehr lange her. Also es war einmal. Nein, du, ursprünglich war es halt so, gute Artikel, wertige Ware zu bekommen. Das war in den 80ern, für einen angemessenen Preis war es zu der Zeit unmöglich. Und das war halt so, dass du angefangen hast, ich mach mir mal selber den Gürtel. Entstanden daraus ist das hier. Ja, sehr geil! Und du machst bis heute die ganzen Lederwaren selber, ne? Also Lederwaren hier im Ladenlokal, alles was hier Leder ist, außer Schuhe. Schuhe ist halt eine Handelsware, aber alles andere ist komplett eigene Herstellung. Wir haben nebenan Werkstatt, Lederlager, unten drunter ist die Näherei. Sehr geil! Alles so, was man nicht braucht. Und warum ich ja heute hier bin, ist nicht nur wegen der Hose, sondern hier hängen diese Ketten, diese Chains. Die Super-Chain-Gang-Ketten. Genau! Und da war jetzt ja die Nummer 181, war frei. Und die habe ich mir direkt unter den Nagel gerissen. Hast du sie schon? Nein, ich habe sie noch nicht. Aber da ist sie. Und die kommen in so einer geilen Holzbox. Genau! Da wird die Nummer dann eingebrannt. Und wenn ihr das mal aufmacht, die ist echt super sexy. Natürlich in schwarz. Und dann ist da nämlich für jeden Chain-Gang-Member auch ein passendes Shirt dabei. Mit der passenden Nummer. Genau! Mit der passenden Nummer. Sehr geil! Jetzt muss ich nur noch irgendwann mal das passende Portemonnaie kriegen. Aber erstmal müssen wir gucken, ob wir nicht in Mainz, was richtig schön abgerockt ist, ein Löchlein reinkriegen für die Kette. Und eine Öse. Und eine Öse. Das mache ich dir gleich nebenan. Zum Mitnehmen. Zum Mitnehmen. Daran kann man mal sehen. Ne? Das ist Service. Was hast du noch alles so hier? Ihr habt ja jede Menge Klamotten. Ihr habt Moonshine, habe ich gesehen. Ja, so Moonshine machen wir. Also Alkohol immer so ein bisschen was, was nicht jeder hat. Also das, was du überall kriegst, sollen andere machen. Ja. Hier gibt es immer so, dass entweder was Regionales oder halt irgendwas, was wir aufstöbern, was wir cool finden. Der Moonshine sind jetzt vier verschiedene Sorten. Die kommen aus Holland. Mhm. Die werden da abgefüllt. Ja. Ansonsten T-Shirts, die wir machen, sind alles eigene Motive. Mhm. Ist ja überall, steht auch überall Fat Mike drauf, ne? Nicht überall, aber bei vielen. Genau. Es sind eigene Motive. Drucken wir auch selber. Ja, ich trage auch gerade so eins. Das hat mir der Martin ja das letzte Mal mitgebracht. Sehr geil. Die Nudi-Bahn. Die Nudi-Bahn, genau. Ja, und sonst, ich sag mal, wir machen mit Leder halt ganz viel, auch mit alten Leder. Also Leder, die 60, 70, 80 Jahre alt sind, aber noch nicht verarbeitet waren. Nennt sich dann Noss New Old Stock. Ähm, ich hab das große Glück, dass ich ne Gerberei habe. Ähm, die haben die ganzen Jahre über alles, was sie nicht verkaufen konnten, zu dem Zeitpunkt, haben sie auf dem Dachboden gelagert. Und da bin ich seit 25 Jahren, äh, und hab den Dachboden leer gekauft. Sehr geil. Sehr geil. Damit kannst du halt aber auch immer dann Sachen machen, ja, äh, äh, was es eigentlich nicht gibt. Ja. Ja, und Leder hat, hat ja Charakter. Das verändert sich. Das sieht man ja auch in meinem Portemonnaie und so, das verändert sich. Und eigentlich richtig geil sieht's immer erst aus, wenn's alt ist. Ja. Ist halt was Wertiges. Genau. Klar, äh, ist ein Naturprodukt. Kostet Geld, aber ist halt geil. Wird immer schöner. Guter Geschmack hat schon immer Geld gekostet. Ja. Mutti hat immer gesagt, ich bin, äh, zu arm, um billig zu kaufen. Das ist auch ein gutes Argument, genau. Ne, Qualität zahlt sich einfach aus, ne? Merkt man auch bei euren Klamotten, das ist alles wertig, das ist alles wirklich. Ja, also ich hab heute so als Anekdote, hab ich Kunden aus unserem ersten Laden, den ich früher in Bielefeld hatte, das ist, äh, 25 Jahre her, dass da ein Kunde kommt, äh, heute hier und sagt, äh, ich brauch immer noch keinen neuen Gürtel, äh, der ist immer noch top. Ja, siehste. Ist mein Problem. Ja, genau. So wird man nicht reich. Ja, aber es geht ja nicht um reich. Genau. Ja, sehr geil. Soll ja alles irgendwie für jeden gut sein und ein bisschen Spaß und fertig. Sehr geil. Ja. Ja, und es ist einfach individuell, ne? Also ich mag ja auch den Klamottenstil, muss ich ganz ehrlich sagen, äh, weil das einfach eben noch Stil hatte, ne? Und nicht so ein Einheitsbrei wie heute, ne? Ja, und es ist ja auch Workwear, es ist also ganz viele Modelle aus den, aus den 20er und 30er Jahren, die im Prinzip nachgearbeitet worden sind, das ist halt schon, ja, top, ne? Ja. Ja. Langzeiterprobt. Genau, richtig, ne? Richtig. Ja, sehr geil. Gut. Dann geh mal rüber und kümmer mich um dein Portemonnaie. Sehr geil. Ja, tatsächlich. Also ich muss einmal gerade gucken, jetzt was ich, äh, wie rumträge. Sehr geil. Der Mike hat mir gerade, das ist ein Kuhfell-Ledergürtel und da hat er einen passenden Backel gerade für schnell fertig gemacht. Habe ich leider nicht gefilmt, weil ich nicht auf Zack war. Aber er zeigt uns jetzt tatsächlich nochmal quasi die heiligen Hallen, wo diese Dinge hergestellt werden. Ein Teil davon. Du hast auch einen Laser, habe ich gehört. Ja. Du kannst also auch Motive einlesern. Wir können auch modern arbeiten, das machen wir aber nur im Ausnahmefall. Normalerweise sind wir sehr Oldschool. Was ja nicht schlecht ist. Das ist die Näherei. Sehr geil. Hammer. Bisschen chaotisch, weil wir gerade am Umbauen sind. Die Produktion muss trotzdem weitergehen, wie es immer so ist. Wahnsinn. Ja. Also die Hosenträger, alles. So hier hängt Rohmaterial, sehe ich gerade, oder liegt hier. Hier ein bisschen Leder, dies und das, genau. Sehr geil. Halt auch immer alles altes Zeug, alte Regale, alt, alt, alt. Alt ist toll. Ja. So und hier hinten nochmal einen ganzen Chaosraum. Natürlich, das ist dann so. Ja, Wahnsinn. Auch alt. Bisschen Nähezubehör, ne. Jo. Was man so braucht. Bisschen Leder. Ja. Schlagschere. Ja, einfach was sagen. Ist ja auch alles nicht mal eben so zu schneiden, ne. Ne, ne, ne. Und naja, bisschen chaotisch halt schon. Aber... Ja, ist noch nicht chaotisch. Das ist cool. So war das, wenn ich sagen darf. Früher, wie gesagt, ich habe es gerade zu deiner besseren Hälfte gesagt. Ich hatte bei uns einen Schuhstar im Ort, wo wir dann immer hingegangen sind, ne. Der dann eben auch Schulranzen genäht hat und so. Und da, ich finde diesen Geruch und ich finde das, das ist Wahnsinn. Und wenn ich überlege, wie viele Maschinen auch weggeschmissen worden sind, als man... In den 80ern, 90ern, alles auf dem Müll... Genau, alles, weil alle nur noch mit diesen Plastikschuhen... Ja. Ich laufe ja auch eigentlich immer nur mit... Also, du wirst mich nie in Turnschuhen sehen, ne. Ja, weil es besser ist. Ich hasse Turnschuhe. Das ist für die Füße der Letzten. Die Gale zum Beispiel habe ich mich sehr gefreut. Die kommen ursprünglich aus dem VW-Konzern. Ja, sehr geil. Und haben da bis Mitte der 60er Jahre gestanden. Sehr geil. Das war bei denen Ersatzteillager. Ja, und sowas finde ich halt, ja. Ja, cool. Und da hast du deine ganzen Nieten und Kleinteile und... Genau, und da haben wir alles so drin, ne. Damit du auch mal hier durchfindest, wenn du das alles nur in der Kiste gestapelt hast... Ja. Und garantiert keinen Computer mit, wo was liegt. Auf gar keinen Fall. Auf gar keinen Fall, genau. Das hat natürlich den Vorteil, dass ich auch mal suchen darf. Ja, aber das macht's doch aus. Sehr cool. Ja, ja. Sehr cool. Hammer. Ich finde das... Ja, nebenan hätte ich jetzt noch, aber das ist glaube ich nicht zum Filmen. Das ist die, ich sag mal, die richtige Werkstatt. Kann ich dir gerne zeigen. So ihr Lieben. Sehr geil. Ich habe meine Chain. Hier die 181. Und ich habe noch ein bisschen was mehr gekauft, wie ihr gesehen habt. Ich freue mich gerade wie Bolle. Ähm... Ja, Mike ist echt einfach ein super Typ. Und das ist cooles Zeug, was er da hat. Und das ist eben das, was ich mag, ne. So Individualisten, so kleine Läden, so Selfmade-Mans, ne. So alles da selber machen in der Werkstatt und so, ne. Wirklich Wert auf Qualität legen, gutes Zeug. Ja, das ist Wahnsinn, ne. Und ich finde, so einen Laden muss man einfach fördern, ne. Und wie gesagt, hier die Chains, die haben eben eine Nummer und da gibt es dann immer das T-Shirt zu. Und habt ihr gesehen, schön in dieser Zigarrenkiste mit dem Brandzeichen drauf und so. Es ist saugeil, ne. Ich stehe auf so einen Scheiß. So, jetzt gehst du Joes was essen. Und dann lassen wir mal den Abend ausklingen, weil Martin ist echt angeschlagen. Der hängt wie so ein Schluck Wasser in der Kurve. Der ist echt nicht gut drauf. Ähm, aber ja. Sehr geil, sehr geil. Hammer. Ich bin wieder happy. So, es ist krass, dass es um halb acht schon duster wird. Aber wir sind jetzt bei Joes. Das hier ist Joes. Jo hat tatsächlich einen Michelin-Stern gehabt. Als Koch. Kein Scheiß. So, und wir gehen jetzt Burger essen. Sehr geil. Aber froh als ich mit dem Pulli über. Da muss ich gleich noch ein Bild von haben. Joa, Besteck könnten wir uns auch noch machen. Joa, genau. Wow, Werkzeug. Werkzeug ist gut. Danke. So, ihr Muckis, euer Besteck. Werkzeug. Sehr geil. Hammer. Guten Appetit. Das sind auch schon fette Burger. Guten Appetit. Das sind auch schon fette Burger. Sehr geil. So. Sehr geil. Das haben wir mal wieder gehabt. Muss irgendwie sagen, ob er hier ist, ne? Ja. Sehr geil. Alter, drei Jahre nicht mehr gewesen. Drei Jahre nicht mehr gewesen. Super ja, dass ich jede Woche hier bin. Donnerstag. So, wir fahren bei Martin Kanzler los. Wir sind ein bisschen zu spät. Was daran liegt, Martin ist gesundheitlich ein bisschen angeschlagen. Kein Covid-19. Erstens ist er geimpft. Und zweitens hat er zwei Tests gemacht. Na? Jetzt. Hat er zwei Tests gemacht. Und beide Tests waren negativ. Also ganz normale Erkältung. Hat ihn aber echt stark mitgenommen. Er hat gestern nur ein halbes Bier geschafft. Wer Martin kennt, weiß, das kann er besser. Und ist dann echt zeitig aufs Bett. Ähm. Und heute morgen dann auch echt. Kommt man merken, ne? Also, dass er eine scheiß Nacht hinter sich hat. Ähm. Na gut. Wir nageln da jetzt heute noch zwei Bäume runter. Ähm. Haben ja gestern auch zwei Bäumchen gemacht. Den letzten habe ich nicht mehr gefilmt. Weil ihr wisst, die Speicherkarte ist voll. Die habe ich jetzt gerade ausgetauscht. Oder schon bevor wir zu Mike und Joes gefahren sind, ja ausgetauscht. Ich hoffe, dass die heute dann wenigstens durchhält. Ich muss leider heute Abend den Wagen wieder abgeben. Also so für, ähm. Klar, der SRT gefällt mir auch. Aber der SRT säuft irgendwie ein Loch. Die Ersatzteile sind schweineteuer. Also der Unterhalt kostet ein Vermögen. Ähm. Alleine einmal Scheiben und Belege bei der Karre neu machen. Sind fast sieben Scheine. Brembo-Bremsanlage halt. Eine der größten, die verbaut wird. Ähm. Ja, also das Ding frisst dich einfach, ne? Ist so. Anschaffungspreis ist ja ganz okay für so einen Sportwagen. Es ist ja tatsächlich kein SUV. Ähm. Sondern im Fahrzeugschein steht Sportwagen. Ähm. Dementsprechend auch Versicherungen steuern sowieso mit 6,4 Liter Hubraum. Brauchen wir nicht drüber reden. Aber so ein Ding hier ist eine gute Alternative, finde ich. Sehr gut ausgestattet. Sehr leise. Sehr schön. Ich habe immer noch 660 Kilometer Reichweite im Tank. Das ist der Hammer. Die haben ja gestern Fotoshooting gemacht. Da habe ich gesehen, Rubi ist schon wieder halb leer. Ja. Alter. Das Ding seufzt wie ein Loch. Ähm. Schönes Auto, was Kai hier hat. Ähm. Sehr bequem. Sehr komfortabel. Ich habe mich gefreut, dass ich das zwei Tage mitnehmen durfte. Kai bringt mir dann heute Abend Rubi zurück. Ich fahre dann heute Abend irgendwann mit Rubi nach Hause. Werd dann irgendwann nachts ankommen. Muss dann euer Video noch hochladen. Das war das letzte Video mit Tina. Wenn alles geklappt hat, habt ihr also dann das letzte Video mit Tina gesehen. Ähm. Und ich genieße jetzt einfach die Zeit und finde es schön und toll, wie gesagt, dass ich so viel Unterstützung bekomme. Es hat lange Zeit gebraucht, muss ich ganz ehrlich sagen, bis ich das akzeptieren konnte, dass ich A, Hilfe brauche und B, sie dann auch annehme. Aber ich denke, ich bin da auf einem ganz guten Weg und freue mich, dass auch ihr mir treu bleibt und mich weiter unterstützt. Ähm. Ja. Vielen lieben Dank. Da ist nochmal der 450er. Mit dem haben wir ja gestern die Buchenklötze aus dem Wald geholt. Ähm. Der hat sich echt gut geschlagen. Ich bin sehr zufrieden, dass so eine kleine Maschine auch so leistungsfähig ist. Ich denke, der Martin hat seine Entscheidung nicht bereut, den zu kaufen. Es war ja gestern der erste Einsatz für den Kleinen. Und ähm. Ja. Jetzt nageln wir dann gleich noch einen Baum an der Straße runter. Ich möchte ihn gerne in großen Stücken runterhauen und einen Baum da im Bestand. Ich wäre ganz glücklich, wenn es nicht so lange dauert, wenn wir es also wirklich zügig heute durchziehen, damit ich das mit dem Video eben noch schaffe. Ich muss das noch komplett rendern. Ich muss das noch komplett exportieren und dann hochladen. Und das Problem ist, ich könnte das theoretisch während der Fahrt machen, aber das wird der Akku nicht durchhalten. Und dann bräuchte ich zu Hause quasi nur noch hochladen. Ähm. Aber mal schauen, wie ich das irgendwie hinkriege. Ich hoffe, dass das alles geklappt hat. Ich hoffe, dass ihr dann das Video gesehen habt, dass ihr das auch genossen habt. Und damit ist dann das Kapitel Tina in meinem Leben hoffentlich abgeschlossen. Ähm. Es waren 17 Jahre, 11 davon verheiratet. Und ähm. Ich bereue es nicht. Ähm. Ich bereue einfach nur, wie das Ende gelaufen ist. Das hätte nicht so sein müssen. Das hätte nicht so weit kommen müssen. Aber ich wünsche ihr für ihren weiteren Lebensweg alles Gute. Alles Liebe. Ich bedanke mich nochmal für die 17 Jahre. Es waren schöne Zeiten. Wir haben viel zusammen erlebt, denke ich. Wir haben viele Erfahrungen zusammengesammelt. Und möge sie jetzt ohne mich das finden, was sie glücklich macht. Das finden, was sie sucht. Und möge sie auch ein langes und erfülltes Leben haben. Und glücklich werden. So. Wir sind mal wieder hier angekommen. Und es geht jetzt nämlich, steht zum Glück ziemlich weit vorne. Hier noch um diese Esche. Die ist echt nicht klein. Um die geht es noch. Die kommt noch weg. Und innen drin steht nochmal so eine Esche. Also es sind echt Trümmer. Aber mein Plan wäre, die in ziemlich großen Stücken auf die Straße fallen zu lassen. Kurz sperren. Runterknallen lassen. Mit dem Hof-Truck beiseite schieben. Hier in den Knick rein. Das haben wir mit der Eiche, die ich euch gestern nicht mehr gezeigt habe. Auch nochmal eben schnell gemacht. Die wollen auch hell in den Wald. Brennholz selbst erwerber. Sieht wohl so aus. Also das ist der Trümmer hier ziemlich tot, ziemlich scheiße. Hängt natürlich ein gutes Stück zurück. Vor allem die zweite Krone. Also die erste Krone hier rein zu scheuern ist nicht das Problem. Die zweite Krone wird nicht so ganz so einfach. Da ist übrigens die große Eiche, die wir gestern noch runter gescheuert haben. Die haben wir ja auch nur so an den Knick geschoben. Habe ich auch irgendwie erst so ein bisschen unten entastet. Und dann irgendwie in drei, vier, fünf Stücken hier reingehauen. Und dann den Rest stamm da noch oben drauf. Das seht ihr hier. Das liegt hier rum. Das war innerhalb dann von einer halben Stunde Geschichte. Aber es muss eben noch aufgeräumt werden. Da kommt eventuell ein Auto mit Kran. Stellt sich hier an der Straße hin. Lädt das alles ein. Das war also die Lücke. Ja und innen drin steht wie gesagt nochmal so eine große Esche hier. Die sind halt alle, das ist Waldcharakter, die sind alle sehr dünn, sehr hoch. Die ist wie gesagt auch ziemlich tot und die würde ich gerne in echt großen Stücken hier rein feuern. Damit wir die einfach fix weg haben und nicht alles anbinden müssen. Schauen wir mal. So ist der Plan. Ja, wäre ganz gut, wenn man wie gesagt die Krone einmal hier rein. Und die zweite Krone hängt zwar stark zurück, aber die kann man auch denke ich hier rein ziehen. Das sollte nicht das Problem sein. Hoch genug anschlagen. So hoch wie die Bühne kommt. Die wird irgendwo bis da kommen. 27 Meter. Und dann den Rest, den kriegt man dann gezogen. Hebel des Todes, wenn man hier über dem Zwiesel schneidet. Und dann hier rein. Hoftrakt. Zack. Reinschieben. Knick. Aschlecken rasieren. 350. So ist der Plan. Und dann innen drin steht eben nochmal so ein Trümmer mit einer etwas breiteren Krone. Die werden wir regeln müssen. Und das ist eben das, was Zeit kostet. Und deswegen will ich diese hier so schnell wie möglich weg haben. Ihr seht auch, es ist gerade überhaupt kein Verkehr, weil die Leute alle noch in der Haia liegen. Außer die Leute, die arbeiten müssen. So wie der Containerkutscher da gerade. Das heißt, so schnell wie möglich das Ding hier weg. So lange wie hier noch kein Verkehr ist. Und dann passt das schon. So. Ja, sehr geile Idee. Dann habe ich nochmal was. Und dann müssen wir gleich auch die Seen auf einmal. Solche paar Keile auch noch geben. Einmal anmachen. Ja. Machen wir gleich einmal Seil fest. Aber bevor ich hoch gehe, dann kann ich mir nochmal einen Keil in der Steppe. Genau. Die hängen schon gut zurück. Aber normalerweise kriegen wir die gezogen. Da mache ich mir eigentlich keine Sorgen. Du musst nur halten. Die Straßenbahn, wenn du hier so schön das Falk hier, äh die Buchenleiste. Ja. Ja. Ausformen, ne? Ram, 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 Ram. Ja. Ich. Das sind schon ganz ordentliche Trümmer, ne? Wie gesagt, gestern bei der Buche, die 27 Meter Bühne ging ja auch nur bis ungefähr 8 Meter unter die Krone. Deswegen waren die Stücke so groß und so lang. Gut, man hätte wie gesagt rausgehen können und klettern. Aber das hätte eben unnötig Zeit gekostet. Da hatte ich keinen Bock zu. Fettig werden ist ja die Devise. Und der hier auch, ne? Ihr seht, da hängt ein ziemlicher Stämmling extrem zurück. Die anderen beiden Stämmling, ach, könnt ihr gar nicht sehen. Also hier hängt ein ziemlicher Stämmling ganz schön zurück. Die anderen beiden Stämmlinge stehen eher gerade. Das heißt, wir haben kein Gewicht nach vorne. Mit diesem Stämmling haben wir sogar eher Gewicht nach hinten und über die Bühne. Was eigentlich extrem doof ist. Und mir überhaupt nicht zusagt. Aber ich werde ziemlich unten schneiden. Und dann wird der da schon rüber gezogen kriegen. Da bin ich felsenfest von überzeugt. Wir haben den Leitpoller da vorne ausgebaut. Ich möchte also ziemlich hier an dem Ahorn vorbei. Ziemlich parallel fällen Richtung Straße. Wir haben nicht viel Platz zur Leitplanke. Ich möchte die Dinger natürlich auch nicht unbedingt auf die Leitplanke scheuern. Die Straße ist irgendwie nur drei, sechs Meter breit. Die Krone ist deutlich länger. Vor allem wenn ich da unten schneide. Aber ich habe halt die Hoffnung, wenn ich die ziemlich parallel werfe, dass die da nichts abbricht beim Ahorn und wir eben ein bisschen Platz haben. Den kann ich dann Freifall scheuer lassen. Die beiden unteren auch. Den hier müssen wir dann abbauen. Sonst ist der in der Eiche. Beziehungsweise vielleicht kriegen wir den sogar Richtung Straße gezogen. Wenn wir da hinten irgendwo eine Umlenke festmachen an einem Baum, kriegen wir den glaube ich zack da parallel hingenagelt. Das wäre zumindest mein Ziel. Dann wären wir echt schnell. Rig big go home early. Oder drop big go home early in diesem Fall. Weil ich habe heute noch ein bisschen mehr auf dem Zettel. Gut, ich tüdel den mal an. Genug gequatscht. Und dann geht es mal los hier. Noch ist wie gesagt, wie ihr seht, wenig bis gar kein Verkehr. So, 27 Meter Bühne am Ende. Aber eine 7,5 Tonner, 33 Meter hätte hier nicht reingepasst. Ihr seht, wie eng das hier mit der schon ist. Also 27 Meter Bühne am Ende. Noch jede Menge Baum über mir. Aber ich gehe jetzt durch den Zwiesel, lege das Seil an der Seite runter, schlage es unten am Stamm an und dann wird gezogen. Normalerweise würde ich sowas mit Ruby ziehen, aber wir haben Ruby nicht hier. Die war ja gestern Abend noch beim Shooting. Also wird es der Fährmeer schon richten müssen. Ihr seht, der Stämmling hängt komplett über der Bühne. Und der Stämmling hängt komplett zurück, auch über der Bühne. Das heißt, tendenziell mal wieder draufgehe Gefahr. That's the risk I'm willing to take. So, erster Fallkerb für heute. Ich habe ein bisschen das Efeu weggeschnitten. Jetzt mein Fallkerb, wie gesagt, ziemlich parallel. Und dann sollte der da auch hinlageln. Ich hoffe, dass auch der Scheiß eigentlich mal den Weg rauskriegt. Was? Ja. Ja. Spannung mal das. Spannung mal. Spannung mal. Spannung mal. Spannung mal. Das könnte ja wegen wenig Kraftwerk werden. Okay, great, steady. Okay, start. Okay, guys, don't have to go. Passt. Genau. So, ist auch nicht viel. Wir haben eigentlich nur die eine Seite, wo ein bisschen was liegt. Dann können wir den Verkehr schon wieder halbseitig durchlassen. Und ist einen Meter vor der Leitplanke. Sehr geil. Den machen wir auch so. Wie gesagt, auch wenn er stark zurückhängt. Ich hatte gerade nicht das Gefühl, dass ich Probleme mit ziehen hatte. So, der erste Stämmling ist raus. Dann wollen wir mal den zweiten Stämmling, der wie gesagt ziemlich zurückhängt, versuchen hier runter zu nageln. Das Problem ist, ihr seht das schon an der Kronengeometrie. Der ist so breit. Ich möchte natürlich hier aus dem Ahorn nichts raus nageln. Ich möchte natürlich aber auch drüben die Leitplanke nicht schrotten. so dass wir mit der Länge uns mal rantasten müssen. Der ist höher wie der andere. Der andere ging genau einen Meter bis vor der Leitplanke. Also im Zweifelsfall klatschen hier die Spitzen so ein bisschen auf die Leitplanke. Was die aber meiner Meinung nach abkahn. Also da sollte ich mir glaube ich wenig Gedanken machen, dass die Leitplanke das nicht übersteht. Viel schlimmer wäre da hinten das Wegweiser Schild hier. Werdeburg-Waldbad. Das wäre doof, wenn wir das schrotten. Und blöd wäre eben, wenn wir was aus der Eiche rausbrechen. Weil das müssten wir nachschneiden. Dann müsste die Bühne auf der Straße stehen und so. Das ist echt alles pain in the ass. Doof und umständlich. Das will ich nicht. Ich schneide hier jetzt einmal das Efeu ein bisschen raus. Dann Fallkerb. Und dann wie gesagt, dann lassen wir den da rein klatschen. So ist der Plan. Der Plan ist gut. Ok. In der Fersefreude. Brabe ab. Ok. Sehr genau. Komm schon. Komm schon. Geht los. und genau davor alter passt wie hart auf einmal als wenn papa das ausgemessen hat sehr geil oder so und wie gesagt bruchleiste des todes hast du super abgerissen das ist mit dem kleinen kleinen panzer mein junger der zieht wie die sau so ja ja darum genau um die beiden anderen stemmlinge und dann hier wieder zwischendurch ich lenke das seil gleich das ist kein problem so beim motorsägenschein kriegt ihr beigebracht rückhänger mehr als 1,50 m über ihren mittelpunkt kriegt man nicht gezogen ich glaube das auch dass man die nicht gezogen kriegt aber da steht meine bühne das heißt es wäre besser wenn der kommt und zwar so kommt wie er soll im zweifelsfall kann ich den natürlich auch noch dahin reinschrabbeln lassen am ahorn vorbei ist auch eine idee dass wir einfach nur noch da hingegen halten wichtig ist dass er uns nicht von der bruchleiste reißt bevor er da einigermaßen von der bühne weg ist wo er hin soll und dass er da nichts groß abbricht das wäre auch scheiße also wir können tatsächlich auch nach dahin feuern das werden wir wahrscheinlich sogar tun und der wärmer wird nach dahin gegen halten das ist die sicherste variante auf jeden fall möchte ich wenn er darauf liegt ist geschichte dann hat sich erledigt mit papa hier aber das ist eben das was ich immer wieder sage kalkuliertes risiko man sollte schon wissen was man tut was im schlimmsten falle passieren kann so wie gestern eben auch wir wussten der buchenast ist lang die bühne 27 meter am ende acht meter baum noch über dir sechs meter bis zum arm das heißt im zweifelsfall fallen eben zwei meter von dem stemmling auf den arm reichen diese zwei meter aus um den arm zu zerstören in der regel nicht weil sie hängen ja immer noch am bremsgerät und haben damit nicht das tatsächliche gewicht des astes auch auf der bühne und so 50 bis 100 kilo mehr schafft die bühne auch wenn der rote punkt an ist also wie gesagt kalkuliertes risiko kein harakiri auch wenn es manchmal so aussieht goody also mein fall cap wird nach da gehen der wärmer wird nach da kompensiert ziehen so dass wir das gewicht schon rüber kriegen ich werde ein sogenanntes wide open bird maus machen und ihr seht ja an den bruchleisten der kleine der reist schon was gut fangen wir gleich an russisch r OUT r 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 Entweder zurück oder den durchlassen, ich glaube. Ja, der hat keinen Punkt, das ist das Problem. Brauche eigentlich gar nicht, aber egal. Okay, beide hatten wir. Warte, ich habe noch ein bisschen aufs Före noch. Ja, geil, perfekt, Alter. Du hast ihn echt abgerissen. Sehr geil. Bruchleiste des Todes. Ja, aber Alter, liegt genau da, wo er hin soll. Sehr geil. Der Kleine ist echt... Ja, Alter, der packt's. Der packt's. Sauber. Sehr geil. Schönes Ding. Schönes Ding. Einmal lose, Straße frei. Brauchen wir auch gar nicht. Aufsägen hat sich direkt zerlegt. Sehr geil. Gefällt mir. So, wir haben da oben mit dem laufenden Peilsteg. Ich habe die Reststummel, diese knapp zwei Meter langen Reststummel, oben abgeschnitten, damit wir da jetzt einen glatten Stamm haben, weil der Stamm, der soll wohl irgendwie in die Wertholzversteigerung. Und jetzt sägen wir den deswegen unten ab, damit wir den so lang wie möglich lassen können. Klatschen den da auch in den Graben. Und dann ist der Baum auch schon wieder Geschichte. Ja, wird auch Zeit. Wir wollen ja... Okay. Das ist... Viele fragen mich immer, was nimmst du die Stunde? Ich nehme nicht die Stunde. Wir haben Tagessatz. Und wenn die Arbeit fertig ist, dann sehe ich meinen Tagessatz und fahre nach Hause. So ist das. Ich habe keinen Stundenpreis. Das muss natürlich realistisch sein. Also, es ist irgendwie nicht irgendwie hier 300 Bäume umnageln und das ist dann ein Tag Arbeit geplant oder so. Also die meisten Leute, mit denen ich zusammenarbeite, können das schon realistisch einschätzen, was an einem Tag zu schaffen ist und was wohl eher nicht. Und dann wird man eben genau für diese Sachen gebucht. Macht sein Tagespensum fertig und fährt nach Hause für das vorher vereinbarte Geld. Das ist eine sehr schöne Sache, die mir sehr gut gefällt. Wer ist das denn? Oh. 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 So. Stamm umlegen, Baum 1 fertig. Noch so ein Trümmer heute da hinten mitten im Wald. Seht ihr da schon? Das nette kleine Ding. Und dann Feierabend. Geplant ist heute Mittag. Geplant ist, dass wir den scheiß Mittag durchhaben. Dann duschen, umziehen, essen gehen, rauf auf die Bahn, ab nach Hause. Sonntag, wieder Besichtigung. Ich komme. Zieh. Vor. So. Komm, 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 sehr nice. Sehr nice. Und der Elfa. Sehr geil. Hetter hängt durch, ist nur fürs Foto. So, Baum liegt. Baum liegt. Sehr geil. Hat auf jeden Fall Spaß gemacht. Keile habe ich in die Bühne geschmissen. Die brauche ich gleich ja für den nächsten Baum nochmal. So. So. Rein in den Wald. Letzter Baum für heute. Martin ist mit einem Wärmeer hinter mir. Mein Helmchen liegt hier. Habe ich gerade nicht auf. Aber ich glaube, Martin kann mich über Funk auch so hören. So. Jetzt ist hier noch so eine Esche. Hier steht auch wieder eine Laterne. Wir gucken uns das Bäumchen gleich mal an. Und dann wäre eigentlich mein Plan, den auch in ziemlich großen Stücken hier rein zu nageln. Das wäre so mein Plan. Mal gucken, ob der Plan aufgeht. Ist halt ein ziemlich langes, dünnes Ding. Eigentlich möchte ich den nicht riggen. So. Jetzt hier einmal zwischen die beiden Bäumchen durchdrängeln. Jetzt wisst ihr übrigens auch, warum wir nicht mit einer 7,5 Tonner Bühne hier sind. Ich bin nämlich gestern schon mit den Füßen hier auch an so einem Baumstuppen hängen geblieben. Das ist nicht so lustig. Vor allem, wenn es nicht die eigene Bühne ist. Ist zum Glück nichts passiert. Aber es ist einfach echt ärgerlich. Und von daher muss man das nicht. Und ein 7,5 Tonner hätte hier einfach nicht durchgepasst. So. Rückplatz fahren kann ich immer noch. Wir gucken uns das Bäumchen jetzt mal an und machen uns einen Schlagplan. So. Nächster Baum für heute. Steht hier ziemlich im Gemüse eingewachsen. Ist ja nichts Neues. Wir sind am Überlegen. Liegt auf der Bühne. Habe ich auf die Bühne gepackt, damit die nicht stehen bleibt da. So. Einmal den Korb aus dem Gemüse raus. Ich sage ja, ich gucke mir das jetzt gleich einmal von oben an. Ob wir die ziehen und dann eins da reinnageln. Oder ob ich die in mehreren Stücken mache. Der Tote vorne hängt genau über der Bühne. Das ist irgendwie doof. Aber der andere hängt extrem zurück. Aber ich muss hier erstmal aus dem Gemüse raus. Und dann schauen wir mal. Guck. Ich weiß auch noch gar nicht, ob ich über die Heimbruch hier überhaupt drüber wegkomme. Gezackte Blätter, ja. Ist Heimbuche, bevor ich die Blödsinn erzähle. Boah, es ist schon mal ganz nett. Den Toten haben wir vorhin von unten gar nicht gesehen, der hier über dem Ahorn hängt. Den werde ich ziemlich zu Brei schneiden müssen. Hätte ich gerne eine Top-Panel für gehabt. Aber das ist eben so. Dann musst du aber definitiv die Rick-Tainer da gleich einmal wegnehmen. Und ja, den anderen Scheiß kriege ich hier runtergenagelt. Dann mache ich Salami-Cuts. Dann werden wir die Heimbuche zwar ein bisschen zernageln, aber das ist dann eben so. Kollateralschaden. Passt mir nämlich gar nicht, dass die so dicht an der Bühne hängt hier, die Rotze. Aber naja, was willst du machen? Nee, Alter, ich stelle die Bühne jetzt nicht nochmal um. Kostet mich alles Zeit. Wir wollen heute, du weißt ja, wir essen zeitig. Der Grieche ist bestellt. Ja, weil Kai noch nicht weiß, wann wir Zeit haben. Aber eigentlich muss der weit genug von mir wegfallen. Der wird sich in der Scheiß-Eiche aufhängen. Das ist das Problem. Der darf sich halt nicht drehen. Ach komm, ich schneide da mal zwei, drei schnelle Schnitte mit. Du hast mir die dicke Säge mitgegeben. Alles gut. Ich mach Salami-Cuts. Und dann haben wir den auch ratzfatz weg. Ist halt blöd, dass die Bühne jetzt presst runtersteht, damit wir über die blöde Heimbuche drüber wegkommen. Aber Menschenopfer machen mich nervös. Dann mach ich lieber zwei Stücke. Ich mach Salami. Komm. Jetzt ist an der Bühne vorbei, oder? Meta reicht. Meta ist gut. Meta ist kein Maß. Meta ist kein Maß. Jetzt wird es doch mit den anderen tatsächlich ein bisschen doofer hier. Die werde ich echt ein bisschen kleiner machen müssen. Taktik passt. Der allerallererste, der tote. Ja, genau. Ja, aber der nagelt den ganzen Heimbuche auseinander. Die geht so oder so ein bisschen leiden, weil ich bin natürlich die Stücke da auch nicht drüber weggeschmissen, aber ganz vernagelt wollte ich das gut machen. Alter, ne? Das war die, das war die, das war die andere Stücke. Das war die, das war die, das war die andere Stücke. Vier Meter ist gut. Auf vier Meter sollen wir uns einschießen. Ja, ich bin auch tiefer und ich hänge auch gleich in der Heimrufe. Ist halt blöd, hört man immer die größten Bäume aus dem Wald. Am Wald halt, ne? Ist halt immer... Naja, wird schon. Kann loslegen? Okay, fertig werden. Dann fica's. Und dann seid ihr weg. Ja, das war ich mir schon. Oh, okay. Das ist gut zu wissen. Das möchte ich nicht. Wenn ich so einen in die Bühne kriege, habe ich ein Problem. Ganz kurz nur, aber ich habe ein Problem. Weiß ich noch weg jetzt? Ja, ist ja geil. Okay, ein, zwei muss ich aber noch. Ich kann nicht sehen, wo die Bühne aufhört. Ich sehe hier nur Gemüse. Also ich sehe hier echt nur Gemüse. Ich kann auch dich nicht sehen. Aber normal muss das safe sein. Da, wo der Ahorn aufhört, da bin ich ungefähr mit dem Ast. Das kriegen wir hin. Wo der Ahorn aufhört. Ja, wo der die Krone zu Ende hat. Genau. Und ich würde jetzt noch ein, zwei Stücke runterschneiden und dann sind wir auch so weit, dann können wir nämlich nachher dann den Stamm reinschmeißen. Genau, der Stummel hier, der hängt, der Richtung Straße raus geht. Genau, über dem Ahorn. Zur Not bis an den Zwiesel, aber das muss ich glaube ich nicht. Ja. Ja. Ich versuche mal hier. Ja. Ja. Das ist eine Esche und da kann ich den hinschmeißen, wenn euch das nichts ausmacht. Hier neben mir steht eine Esche. Vor mir. Ach, da unten bist du. Jo, jetzt, jetzt. Ja. Ja, da das alles nur dünne Äste sind, da machen wir auch nichts kaputt. Ja. Die Stärke sind auf der Hand, deine Reganer sind weg. Ok. Ich mache Falk her, es geht direkt rüber. Und ab. War das so, wie du gesagt hast? Naja, der war halt doch noch groß. Ja, ich brauch ja sagen, weißt du, hat funktioniert, aber nächstes mal machen wir das nicht noch mal. Zumindest, vorhin sind wir ja auch auf Nummer sicher gegangen und haben gesagt, lass uns lieber sperren, der könnte wohl zu lang sein. Also das nächste mal machen wir dann. Ja klar, die rollen sich über die anderen ab und dann rauschen die drei Meter mehr als sie lang sind. Und die Gefahr sehe ich ja jetzt auch hier bei dem Scheiß, weil die Laterne ist nur sieben Meter weg. Das Ding ist aber locker 20 Meter lang. Also wenn der über einen anderen Ast abrollt, scheppert der uns in die Laterne rein. Dann haben wir echt Geburtstag. Ja. Ich muss echt auch gucken, wie ich das mit dem hier mache, der soll sich ja auch nicht in der Eiche aufhängen. Ja, Fußgänger sehe ich. Ja, schwarz angezogen. Sehr geil. Den können wir direkt in den Wald verschaden, den findet keiner wieder. Gut. Ja, die Dinger hier sind echt noch ein Problem. Die Frage ist, wo ist die Laterne? Ich kann da hinten, ich glaube, das ist Nico mit den Hosenträgern. Den kann ich sehen. Ist da die Laterne? Oder ist die Laterne hinten, wo das Baumpflegel, das Baum-Sperrschild steht? Die Laterne ist hier. Dazwischen. Stellt das Baum-Schild mal dahin, wo die Laterne ist, damit ich die sehen kann. Hier durch das Gemüse irgendwie. Super, jetzt sehe ich gar nichts mehr. Nein, den Puster sehe ich. Wie viel Meter vor dem Baumpflegeschild? Weil das kann ich sehen. Sieben Meter davor. Alter, da habe ich nicht viel Platz für den Scheiß. Wir sollten das vielleicht auf die Eiche zuziehen. Oder auf die Heimbuche. Auf die... Warte mal. Das nervt mich schon wieder. Ich will große Stücke machen, wir haben aber echt keinen Platz gerade. Da steht die Bühne genau drunter. Oder anschlagen. Ich ziehe mir schnell Kletterzeug an. Wir schneiden unterm Zwiesel, wie der erste Plan war. Ich schlage es von der Bühne aus an. Wir gehen über beide Zwiesel. Ähm... Genau, ich brauche meine Eisen. Eigentlich brauche ich die schwarze Tasche. Da müsste eine Hanse mein Kletter... Die schwarze Tasche und die Eisen, das reichen nicht. Ich gehe mit zwei Fliplines hoch, beziehungsweise... Oder ich schneide... Ich schneide da sonst erst noch einmal... Warte mal. Da müsste die Bühne weit genug von weg sein. Warte mal, warte mal, warte mal. Mir machen eigentlich nur die zwei Sorgen. Die nageln wir zur Not da rein. Ja, die binden wir an. Dann nagel ich... Ähm... Stück komme ich noch. Ich komme nur an den hinteren nicht ran. Also ich kriege den vorderen weg. Das packte von der Höhe, aber den hinteren kriege ich nicht. 27 Meter sind schnell vorbei. Und wir stehen schon presst runter. Nein, jetzt brauchen wir nicht mehr. Jetzt ist der Scheiße ab, aber... Also wie gesagt, eng ist okay, aber ein halber Meter ist echt... Ja, können die aber jetzt nicht mehr. Ich mache die... Alter, die hätten sie so umgedreht und hätten sie voll auf die Bühne gelegen. Das war schon eine bessere Zeit. Wir sind über die Hälfte eingeschnitten. Herzlich gekommen, oder? Ja. Ja. Nee, hab ich keinen Bock drauf, Alter. Wie gesagt. Ich bin ziemlich schmerzbefreit, aber... 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 Äh... Genau, aber mit Köpfchen, genau. Mit Köpfchen, bitte. Ja, das ist tatsächlich eine gute Kombi. Ich habe da gerade noch so eine Kombi mit Vernunft und Unvernunft am Start. Und das ist eigentlich immer genau die richtige Mischung. Du brauchst... Nee, nee. Genau, genau. Die ist auch eher so der Vernunftmensch und der Kopf und der Nachdenkmensch. Und ich bin eher so der unvernünftige Part von uns. Und das ergänzt sich sehr gut. Das ist wie bei uns beiden in der Baumpflege. So ist das da jetzt auch. Weil ich bin immer so, weißt du... Ah, Quatsch, machen wir und passt schon. Und dann immer so... Hast du... So, weiter. Sehr gut gekommen, oder? Ja, sauber. So machen wir das noch ein, zwei Mal und dann brauchen wir auch niemanden im Wald verschaden. Und vor allem mich nicht. Der lag da schon. Der gehört nicht zu uns. Aber der hat Schnittschutzklamotten. Ja, ist egal. Der hat so einen Fetisch. Der trägt die immer. So, ich würde den jetzt tatsächlich noch mal gerne in den Zug zu schneiden. Ein verstanden oder zwei Stücke? Der rollt nach vorne ab. Der geht so ein bisschen in der Heimbuche. Der wird ja auch ein bisschen in Mitleidenschaft ziehen. Aber... Ja, ja. Mit Fallkerb. Mit Fallkerb. Ne, Salami, Alter. Dann rauscht der mich hier weg. Aber... Snapcut wäre sonst auch eine Möglichkeit. Aber ich glaube nicht, dass ich den gebrochen kriege. So, mach den ganzen mal. So, ich mach den ganzen mal. Falsche. Das war's für heute. Weit weg, ne? Weit weg. Alter, top. So, jetzt müsst ihr den Anhang, den du sagst, im Heimer anwenden und dann gehen wir den nach hinten an. In die Lücke, quasi vorne, wo du stehst, hier zwischen die beiden Heimbuchen nagel ich den rein. Das sollte sehr gut funktionieren, aber wir müssen den auf jeden Fall ziehen. Ja, und ich werde mich hier mit dem Kletterzeug gleich einbauen. Dann kann Nico die Bühne von unten zusammenfahren. Dann ist sie aus dem Weg. Dann nagel ich den da rein, mach ein Seil noch oben wieder fest und dann können wir den Reststamm da auch reinziehen. Da ist der Baum Geschichte, hat keine halbe Stunde gedauert. So, Plan ist jetzt. Wie ihr seht, der hängt ein bisschen blöd, aber der hat eben auch Äste nach da und der geht nach hinten. Und deshalb haben wir uns entschlossen, wir nageln ihn. Hier hört die Heimbuche auf. Die möchte ich nicht völlig zerstören. Deshalb werde ich einen relativ kurzen. Du sagst, wenn du anfängst zu ziehen, ne? Wegen Probezug, genau. Den kriegst du aber locker. Du hast den anderen da auch gekriegt. Ja, ja, klar. Okay, ja. Ja, der wackelt jetzt aber schon. Jo, kommt, kommt. Geil, geil, geil. Kannst aufhören, kannst aufhören. Perfekt. Alter, du reißt ihn gleich ab. Sehr geil. Gefällt mir. Das heißt, wir kriegen den auch gut über... Der wird fliegen. Der wird fliegen. Vielleicht nimmt er da ein, zwei Äste ab. Aus der Eiche werde ich so, dass der da nichts wegnimmt. Ja, im Zweifelsfall, die eine Heimbuche wird ein bisschen leiden. Hast du recht. Der ist ziemlich lang. Aber wichtig ist eben, die Laterne ist, glaube ich, genau bei dir, ne? Genau neben dir, ne? Oder? Da, wo Nico steht. Okay. Genau, ich mach's voll da vorne rein. Genau in Richtung Seil. Und das passt schon. Der wird nicht nach da fallen. Der dreht sie nicht weg. Der geht schön da rein. Ich kompensier das ein bisschen über. Zur Not leidet die eine Heimbuche. Ja. 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 viel rein. Ja, wir war dann wieder. Ja, wir haben den. Ja. Der kommt weg. Ja. Ja. Ja, wir haben den noch raus. Ja, wir haben den Motorrad. Ja. konntest keine kraft tun oder wie scheiße obwohl der baum gut wackelt also da hast du ihn gut abgerissen die bruststufe ist bestimmt noch fünf zentimeter dick aber passt er ist an den beiden eichen vorbei aber ich glaube der hat die eine einbuche gefickt ok aber laterne und so ist alles safe ok ok also ja ist gut nichts passiert das gut ja das soll auch so bleiben ok alles klar sehr gut so gleich machen wir noch mal ein seil rein schmeißt den reststamm um ja ja erst einmal unten aufräumen das chaos dicke säge spalthammer liegt da auch drauf keile liegen in der bühne die holen wir auch einmal runter und dann keilen wir den über so genau genau die muss auch immer runter einmal an den stamm wir keilen den um schade dass ich von der aktion mit der laterne nicht gefilmt habe aber es war halt nur knapp press also die äste wie man sieht von der esche ging genau bis vor die laterne da schluss so ein halber meter ist für ich wollte jetzt nicht die led laterne bezahlen und jetzt nageln wir den reststamm noch um den schmeißen wir da zwischen die beiden eichen hier liegt das ganze gemüse von der esche ja so ist der plan der plan ist gut und dann ist der baum gefichtet und wir haben feierabend und es ist zwölf uhr 35 habe ich doch gesagt abm arbeiten bis mittag herr blimeister 15 oder 17 uhr die entscheidung ist gerade gefallen der kai hatte nämlich schon gefragt wann wir heute ungefähr fertig sind einplanung essen gehen ja sehr geil hat wieder ein haufen nein nein wir machen 17 uhr dann können wir in ruhe duschen ich kann das video noch formatieren und so ne sachen wir können bei dir noch ein bisschen quatschen alles alles gut wir nageln jetzt um und dann waren wir ganz entspannt das aus meinem mund ganz entspannt so auch um war 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 Oh Ja, der hält ja auch noch zurück, ne? Ruhiger, ruhiger, ruhiger! Oh, 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 oh! Sehr geil! Prinzess treework. Alles gut! So, kleine Planänderung für heute. Wir fahren jetzt noch mit dem Nico und der Leonie und dem Martin Kanzler. Fahren wir jetzt noch zum Griechen-Essen. Ich habe meine neue 53er. Die Hose geht ja nach Produktionsjahr quasi oder Schnittmusterjahr, wenn ich das jetzt richtig gesagt habe. Ich habe meine neue 53er an. Natürlich auch meine Chain, wie sich das gehört. Ja, wir wollten dann jetzt mit Kai-Ira Leonie, sprich der Lebensgefährtin von Nico. Nico, seine Mitarbeiter, Martin. Ja, ich glaube, wir sind insgesamt irgendwie acht Leute oder so. Gehen wir jetzt nochmal fein essen. Lassen den Tag ausklingen, die Baustelle ausklingen. Sehr geil, so könnte das immer sein. Arbeiten bis Mittag, dann schön duschen gehen, ein bisschen mit Martin in der Küche sabbeln. Und dann abends schön essen gehen. Sehr cool. Ja, so kann man so eine Woche ausklingen lassen. Also bei Kai und Ira hat es mir unheimlich viel Spaß gemacht. Bei Martin hat es mir unheimlich viel Spaß gemacht. Die Arbeit mit Nico war total entspannt. Echt ein genialer Typ. Den Feldkran würde ich irgendwann nochmal gerne in Action sehen. Das kriegen wir bestimmt auch irgendwie nochmal hin. Das würde ich euch dann auch nochmal filmen. Ja, heute Abend geht es nach Hause. Morgen früh Besichtigung. Wird also wieder, oder war dann auch wieder eine ziemlich voll geballerte Woche. Hat aber eben einen Haufen Spaß gemacht. Der Knaller, wirklich. Ich habe ohne Ende Spaß gehabt. Es war wieder toll, mal die Leute zu treffen. Ja, sehr geil. Also, ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Respektive glaube ich, ich mache da zwei Videos von. Wir werden mal sehen. Aber wie gesagt, jetzt geht es ab zum Griechen. Bleibt neugierig. Abonnieren nicht vergessen. Glocke nicht vergessen. Und ich bedanke mich für eure Unterstützung. So, hier ist dann das Restaurant. Pegasus heißt es, glaube ich. Hier wollen wir dann mal gleich lecker essen gehen. So, Parkbremse an. Alles schön. So, ihr Lieben. Wir haben ein wunderschönes Essen da. Nach 400 Metern links abbiegen auf Levisonstraße. Da beim Griechen gehabt. War echt lecker. War ein wunderschöner Abend. Kai und Ira waren da. Nico, seine Mitarbeiter, wie gesagt. Oder sein Mitarbeiter, einer davon, Martin. Es war eine Hammerwoche. Also, ich habe so viel Spaß gehabt. Der Nico ist total gut drauf. Ira und Kai total gut drauf. Martin sowieso. Links abbiegen auf Levisonstraße. Mir ans Herz gewachsen. Super Kollege. Und ein super Freund auch, der Martin. Ex-Bunny natürlich, klar. Panzergrenadier, wenn ich mich nicht irre. Ich habe eine richtig, richtig, richtig geile Zeit gehabt, muss ich sagen. Es hat Haufen Spaß gemacht. Martin sowieso ein herzensguter Mensch. Ähm, ja, ist Wahnsinn, ne? Kai und Ira, super Menschen. Nico, wie gesagt. Direkt von Anfang an gut verstanden. Ähm, das Wahnsinn. Nach 500 Metern rechts abbiegen auf blankener Straße. Also, ich fahre. Also, ich fahre dann jetzt nach Hause. Ähm, ich kriege heute dann auch noch Besuch. Ähm, ja, mittlerweile solltet ihr es gemerkt haben. Caro ist öfter bei mir. Und, ähm, das ist schön. Das freut mich auch. Da freue ich mich jetzt auch wieder drauf. Ähm, Sonntag werden wir dann die Bilder vom Shooting. Caro hat ja nochmal mit Ira und Lea zusammen rechts abbiegen auf blankener Straße professionell geschutet. Also, nicht von mir fotografiert, sondern wirklich von einer gelernten Fotografin. Ähm, mit Ruby und so. Ich habe da ein bisschen was gezeigt. Im zweiten Verlauf anderthalb Kilometer folgen. Jetzt halt doch mal die Backen, Uschi. Echt. Ähm, ich habe da ein bisschen was gezeigt auf Instagram, Facebook und Co. Da sind, wie gesagt, richtig, richtig geile Bilder für den Kalender noch bei rumgekommen. Deshalb, denn noch könnt ihr vorbestellen, beziehungsweise bestellen. Ähm, es sind noch welche da. Also, keine Angst, ihr könnt noch einen Park. Aber es ist eben streng limitiert und es werden rapide weniger. Also, wenn ihr noch einen haben wollt, jetzt wäre noch Gelegenheit, einen zu bestellen. Wenn auf, dann auf. Ja, ansonsten habe ich eben noch ein gutes Stück Weg nach Hause. Wie gesagt, freue mich aufs Wochenende. Ich habe Sonntag auch wieder ein paar Besichtigungen. Werde jetzt gleich das Video hochladen. Es ist das Video, wo Tina das letzte Mal drinne vorkommt. Und damit ist dann das Kapitel auch Geschichte. Ähm, ja, und ihr werdet einfach sehen, wie mein Leben weitergeht. Und wie meine Firma weitergeht. Und wie ich dann eben versuche, mich durchzuschlagen. Was mir, glaube ich, bis jetzt ganz gut gelingt, trotz auch wieder einiger Rückschläge und Tiefschläge und so. Aber das gehört zum Leben dazu. Ähm, der liebe Kai war so nett, Ruby wieder voll zu tanken. Das heißt, ich brauche nicht tanken und spare mir damit eine Viertelstunde bis 20 Minuten. Kai, vielen lieben Dank dafür nochmal. Wäre nicht nötig gewesen. Ich freue mich aber natürlich trotzdem, dass ich jetzt quasi direkt nach Hause ballern kann und nicht noch tanken muss. Also, ihr Lieben, bleibt neugierig. Es wird immer mal wieder auch hoffentlich jetzt zwischendurch ein Video geben. Wie gesagt, die Kanalmitglieder wussten, wer mit in Fürstenforrest war, haben das eben schon vor euch gesehen. Ich habe es jetzt hiermit verraten. Jawohl, Caro und ich. Nach 400 Metern im Kreisverkehr erster Ausfahrt Hansastraße nehmen. Treffen uns regelmäßig und mögen uns. Da hat es keiner drauf angelegt. Das hat sich einfach so ergeben. Einen wunderschönen Sonntag wünsche ich euch, wenn denn alles klappt. Es ist jetzt 23.55 Uhr. Ich bin gerade aus Hamburg wiedergekommen. Die, die mir auf Instagram folgen, werden es gesehen haben. Es hat geschneit. Ich habe mit dem Hauke zusammengearbeitet. Auch da wird es demnächst Videos von geben. Aber wie ihr seht, ich hänge ein bisschen hinterher. Ich hoffe, wie gesagt, 23.55 Uhr. Das Video braucht jetzt noch zwei Stunden zum Rendern. Dann nochmal zwei Stunden zum Verarbeiten und dann x Stunden hochladen. Also vier Uhr, dann wird es verarbeitet und gerendert sein. Ich hoffe, dass es dann bis acht Uhr hochlädt. Ich habe mittlerweile hier so ein Gigacube und hoffe eben, dass der schneller ist als meine Hochleitung hier. Ansonsten wird es eventuell Sonntagnachmittag nach meinen Besichtigungen kommen. Ich habe leider immer noch keinen neuen Laptop. Dieser hier schmiert immer noch ab. Aber ich habe ein paar Spenden erhalten und ich habe eine Kettensäge auf Facebook versteigert. Die Kettensäge, die 2019 mit im ersten Kalender war. Die hat einen Erlös von 350 Euro gebracht. Und der liebe Hendrik hat nochmal von sich aus 325 Euro gespendet. Sodass wir fast 700 Euro jetzt für meine sozialen Projekte zur Verfügung haben. Ich werde nochmal auf 1000 Euro aufstocken. Sodass 1000 Euro dieses Jahr an verschiedene Institutionen wieder gehen. Wir werden wieder die Kinderheime unterstützen. Wir werden wieder die Aktion Lichtblick unterstützen. Wir werden verschiedene Familien unterstützen. Und ich freue mich einfach, dass ich das auch dieses Jahr trotz meiner eigenen Situation wieder möglich machen kann. Dank euch, wer noch unterstützen möchte. Ich hoffe, ich vergesse es diesmal nicht, den Link einzufügen. Letztes Mal habe ich den erst später eingefügt. Ich hoffe, ich vergesse es nicht. Aber ich fahre eben auch um 8 Uhr immer los schon zu den Besichtigungen. Weil ich sonst gar nichts mehr schaffe, Sonntag. Und deshalb habe ich es letztes Mal einfach vergessen, den Link einzufügen. Tut mir leid. Also, wer mich unterstützen möchte bei meinen Projekten oder mich eben auch persönlich, kann dies gerne tun. Ich hoffe, ich schaffe es diesmal. Und denke dran, den entsprechenden Link einzufügen. Ja, ansonsten freut es mich, dass ihr bis hier geguckt habt, weil es ja doch ein schweinelanges Video war. Aber ich wollte es nicht in zwei Teilen bringen. Ich finde, in einem Teil ist es dann doch schöner und besser. Man muss es ja nicht am Stück gucken. Man kann es sich ja sonst auch häppchenweise angucken. Also, euch einen schönen Sonntag. Ich danke euch. Bleibt neugierig. Ich danke euch.